Ihr Fuss steht mittig auf dem Monostep. Der andere Fuss ist nach hinten ausgestellt. Sie sollten ca. hüftbreit stehen. Drücken Sie nun Ihr hinteres Knie senkrecht Richtung Boden. Achten Sie darauf, dass dabei das vordere Knie nicht über die Zehenspitzen geschoben wird. Sie sollten spüren, dass die gesamte Bein-, Gesäß- und Rumpfmuskulatur stark angesprochen wird.